Auf dem Weg. Rein beschäftigt. Schon erledigt. Maschinen laufen. Laut und deutlich. Weiter. Kanal offen. Okay, warten wir mal auf den nuklearen Sprengkopf. So, komm. Dann fahren wir mal schwere Geschütze auf. Auf dem Weg. Basis wird angekündigt. Benötige Unterstützung. Auf dem Weg. Maschinen laufen. Ist klar. In Bewegung. Uh, da ist so einer. Bestätigt. Bestätigt. Schon erledigt. Das krieg ich hin. Laut und deutlich. Wird gemacht. Wird gemacht. Auf dem Weg. Rein geschäftlich. Maschinen laufen. Ist klar. In Bewegung. Bestätigt. Aus dem Weg. Gut. Das geht. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Was ist denn los? Ich empfehle Ihnen, Ihre Truppen zu einem Schildprojektor zu beordern. Die Schilde des Mutterschiffs werden bald einsatzbereit sein. Ein Schild. Ist klar. In Bewegung. Drecksau. Bestätigt. Die Todesflotte greift unerbittlich weiter an. Nova, rücken Sie zu einem Schildprojektor vor. Stellung halten, Soldaten. Dieses verdammte Schiff wird uns nicht in die Knie zwingen. Lautes deutlich. Wird gemacht. Das kriege ich hin. Nicht genügend Energie. Auf dem Weg. Eingeschäftig. Bestätigt. Schon erledigt. Schon erledigt. Wird gemacht. Im Anflug. Roger. Statusbericht. Schon erledigt. Schon erledigt. Auf dem Weg. In Bewegung. Nicht genügend Energie. In Bewegung. Nicht genügend Energie. In Bewegung. So, dieses Schiff haben wir jetzt nicht wirklich bald. Wird gemacht. Die Protos sind mächtig. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden sie immer und immer wieder zurückdrängen. Findet die terranischen Truppen, die uns angreifen und tötet sie, bevor ich euch alle töte. Dann wechseln wir mal in die Defensive. Statusbericht. In Bewegung. Kriechen wir doch erstmal hier hin. Nuklear-Rakete bereit. Wird gemacht. Wird gemacht. Hier lang? Bestätigt. Hier lang? Laut und deutlich. Was soll das werden? Schon erledigt. Ist klar. Auf dem Weg. In Bewegung. Bestätigt. Laut und deutlich. Wird gemacht. Schon erledigt. Flachpfeifen. Das krieg ich hin. Flachpfeifen. Ja? Bestätigt. So, auf der Insel ist etwas ganz, ganz Böses. Gut. Schon erledigt. In Ordnung. Geht rein. Turbina auf volle Kraft. Bin unterwegs. Wird gemacht. Bin leichter. Wollt. Waffen bereit. Kein Problem. Bestätigt. Gut. Schau. Geht klar. Turbina auf volle Kraft. Hier ist eine Energiequelle, die anscheinend diese Signale ausstrahlt. Ich bringe sie mit zurück. Ausgezeichnet. Und bitte schütteln Sie sie unterwegs nicht. Was? Bestätigt. Was soll ich unterwegs nicht schütteln? Wird gemacht. Oh, shit. Rein geschäftlich. Schon erledigt. In Bewegung. Laut und deutlich. Auf dem Weg. Ist klar. Den muss ich loswerden, sonst kriege ich meine... Laut und deutlich. ...den zeige ich meine... ...Nuklearexplosionen nicht hin. Ist klar. Die machen mich vorher fertig. Bestätigt. Nicht genügend. Basis wird angegriffen. Nur zu Ihrer Information. Die Schilde des Mutterschiffs sind fast vollständig aufgeladen. Diese Information erfasse ich. Danke. Zeit, Sie auszuräuchern. Das ist klar. Das ist Ihr Moment, Nova. Greifen Sie so bald wie möglich einen Schildprojektor. Alle Streitkräfte an die Front. Konzentrieren Sie Ihr Feuer auf das Schiff. Sie hat es gemacht. Das ist kalt, das blöde Ding. Vielleicht krieg ich wieder so ein Scanner raus. Das krieg ich. Wir werden heute siegen. Schickt unser Mutterschiff aus, um diese erbärmliche Terranerin und all ihre Verbündeten auszulöschen. Das Mutterschiff nimmt Kurs auf unsere Basis. Das ist ihre Chance, es zu zerstören, Nova. Kleiner Scheißer. Wird gemacht. Meine Chance ist zu zerstören, ja? Rein geschäftlich. Äh. Was ist da denn? Schon erledigt. In Bewegung. Nicht genügend Energie. Bestätigt. Ist klar. Das krieg ich hin. Meine Chance ist zu zerstören, ja? Laut und deutlich. Das ist auch so ein Witz. Eine Witzpille, Junge. Schon erledigt. In Bewegung. Das krieg ich hin. Ich höre. Bestätigt. Bestätigt. Weiß ich ein Wunker. Ist klar. So war. So eine schöne Wunker. Die Tal Darim ziehen sich zurück, Nova. Die Verteidiger haben ihre Truppen gesammelt und wehren die letzten Zerg ab. Die Zivilbevölkerung kann bald evakuiert werden. Sie haben tausende Menschenleben gerettet. Aber alle werden denken, dass es die Verteidiger waren. Wahrscheinlich. Ich habe dennoch den Imperator über unsere Taten informiert. Zumindest er wird die Wahrheit wissen. Das wird wohl reichen müssen. Ich kehre dann jetzt zur Griffin zurück. Seifz. Naja, okay. So muss das eben sein. Tausende von Todesopfern auf Tyradur 9. Damit tritt auch eine alarmierende neue Entwicklung zutage. Die Pothos sind zurückgekehrt. Die Spannungen haben sich verschärft. Es ist unklar, ob die Pothos nur die Zerg auslöschen wollten. Oder auch uns. Und nun eine Stellungnahme von General Davis vom Staat der Liga-Streitkräfte. General. Dies ist eine schreckliche Tragödie. Ich teile die Trauer aller Betroffenen. Die Liga muss sie beschützen. Die Protos hingegen. Nova, wir haben einen Gast. Darf ich vorstellen? Alarak. Hochlaunt der Tal'Darreen. Für Wesen mit derart kurzer Lebensspanne seid ihr Terraner doch sehr lebensmüde. Was willst du? Das gleiche wie ihr. Die Vertriebliche der Menschheit auslösen. Sie zerstörten einen unserer entlegenen Außenposten und flohen, bevor wir Rache üben konnten. Solch dreiste Respektlosigkeit schreit nach Vergeltung. Ich werde dieses Ungeziefer aushalten. Und ihr werdet sie für mich finden. Man sagt mir, das sei euer Spezialgebiet. Wenn ich ihr Versteck kennen würde, wäre ich schon dort. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ihr wart also einst eine von ihnen. Dann könntet ihr mehr nützlicher sein als erwartet. Gewiss habt ihr schon versucht, eure Erinnerungen wachzurufen. Der Verstand von Terranern ist so unbeständig. Was ihr braucht, ist Terazin. Terazin? Ich komme nicht mal an welches ran. Aber ich... Ich werde euch zu seiner Quelle führen, wenn ihr mich zu den Verteidigern führt. Haben wir eine Abmachung? Oh Gott. Keine schwere Entscheidung. Ja. Fürs Erste. Gut, doch wappnet euch. Diese Aufgabe wird nicht leicht. Ach, das wäre ja mal was ganz Neues sonst. Riegel, was wissen wir über Jaban Miner? Sehr wenig. Die Umoyaner entsandten vor Jahren eine Forschergruppe hierhin. Aber verloren den Kontakt zu ihnen. Niemand weiß warum. Hm, nicht gut. Ja. Aber dann wollen wir mal herausfinden, was hier passiert ist. Wollen wir das? Ich bin dagegen. Total.